Willkommen zurück zur Pokémon-Liga Ich war nicht vorbereitet! Alter, hallo, steh hier raus! Scheiße, du wirst es gerabed. Scheiße, ich hab nicht gespeichert. Gut, ich hab eh nicht viel Geld, oder? Ich will nichts sagen, aber die sieht sehr doof aus. Willkommen in der Pokémon-Liga, Frank. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willi! Willi! Das ist der beste Freund von all... Ne? Ich hab die ganze Zeit bereits um meine Psycho-Pokémon... Oh Gott, nein! Und dann noch Willi, mein Psycho-Pokémon. Genau! Warum heißt der Willi? Willi willst wissen! Alter, der sieht eher aus wie Zorro oder so. Top 4, Willi, 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 Willi! Wir kämpfen. Willi, 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 Xatu! 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 Oh, LLf, 40! Ich komm, ich bin bis nur unter der Welt! Ähm... Kopfnuss! Pfff... 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 Sieht auf jeden Fall mal aus wie eine Ananas. Oh, Flügelschlag. Das sieht ein bisschen aus wie irgendwie so ein Imker-Priester. Irgendwie schon, ne? Der Tag ist effektiv Egelsamen. Guck mal, die fummeln unten rum, ne? Ähm, ich hab nichts gesagt. Flügelschlag, zack. Wurdest bepflanzt. Er hat grad Samen auf mich geworfen. Wer macht das nicht? Oh, Rosanna, jetzt kommt Titten ins Spiel. Da hol ich doch am besten den Jimmy da raus. Oh, ich hab den Drachen zahle nicht ausgerüstet. Ist egal. Du kannst recht gar nichts. Sei ruhig. Fett shiny, ey. Fuchtler. Aber nur, der geht so um Brüste, da musst du umfuchteln. Guck dir's an. Komm, sieht der Brüste. Hast du auch schon hart rumgefuchtelt. Ja, ein bisschen zu hart, wahrscheinlich. Durch die Brustkorb durchgedrückt. Ja, mit seinem Schwanz, ne? Ist ja ein Gara-Dos, ne? Schulter-Titten. Larmus, guck mal. Fuchtlar. Der fuchtet gleich zurück mit seinem Stahlschwanz dahinten. Amnesie. Oh nein. Über die Spezialverteidigung stark. Na toll. Ähm, wie wär's mit nem Eissturm? Nicht verwirrt sein. Nur ein bisschen. Eissturm. Warum kommen da Sterne raus? Oh, ist nicht effektiv. Aber die Initiative sinkt. Oh, Fluch. Ähm... ... Hydro-Pumpe? nein das ist wie ein kaputter springgrunnen ja das rohr leckt das ist von der theorie dass diese lavandier musik ein bisschen neben die spur bringt ja aber nur in den spiel in japan ich weiß aber nicht schon irgendwo bis jetzt hat oder wieder ein xato wird erst mal umgefuchtelt hochladen alle gucken gespannt auch schon diese orte ich muss heilen weh du überlebt es nicht tötet natürlich kommt ein volltreffer natürlich so da muss das ganze jetzt der zogs machen was ich niemals doch du machst jetzt luftstoß weg pust nein gut ist weggeflogen top 4 willy wurde besiegt willy 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 ich kann es nicht glauben frank hat 4200 nett auch wenn ich besiegt wurde werde ich an meiner überzeugung festhalten ich werde weiter kämpfen bis ich besser bin als alle anderen trainer frank schreite voran und lerne die grausamkeit der top 3 top 4 das wird auch Pflanze aus so 1000 h durch die wir die wir lieben um die wir sagen wer jetzt mal das wäre mir zu mir glaube ich keine kündigen ich muss das heißt dass wir uns mal wurde wohl gehen er sehr gut willy willy wird hat es wollen willy willy wird so das ergeht die kirko machen und ich werde jetzt mal gegen den drachen fahren geben die sich auf die bank gelegt hat Er hat doch in die Auge reingestochen, zack. Initiativwert. Gib dir mal, Jim. So, Calcium macht Spezialwert. Ja, welchen? Beide oder nur einer? Spontan drei. Spezialwert 88 beide, 89 92, 78 113. 137 Spezialverteidigung. Gut, dann gebe ich ihm, glaube ich, Kiriko. Ja. Weil die eigentlich am niedrigsten ist. Calcium. So, Carbon erhöht den Initiativwert. Werden die wenigsten Initiativen? Ich glaube, wir haben alle viel. 104, 103, 96, 93, 63. So, du bist dann mit Calcium, mit Carbon gefüttert. Ja, dann bin ich noch ein bisschen leichter. Du bist ein bisschen schneller. So, dann speichle ich mal. So. 40 Stunden? Nein, 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 nein. Willst du die mal vorlesen? Ich? Ja, du. Ich kann das nicht lesen. Doch. Ich bin Koga, einer der Top 4. Da ich ein Ninja bin, lebe ich in einer Dunkelheit. In der Dunkelheit. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Schlaf, Gift. Los, Bild, mach schneller. Auch du wirst ein Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Wow. Bei Pokémon geht es nicht nur um. Kraft allein, das wirst du noch herausfinden. Kinderkind-Koga möchte kämpfen. Ein Ariados. Ein Ariados. Mach's weg. Mach's einfach nur weg. Mach's weg. Mach's weg. Fliegen. Mach's weg. Mach's einfach weg. Doppelteam. Nun kannst du ca. 17.000 Spinnen um die rumstehen. auf Skype, du bist heute wieder sehr interessant Bam Bei mir wird gerade angezeigt Hat heute Geburtstag, ich hab dir schon gratuliert Mir? Nein, nicht du Geco erhält 11.000 AP Genau Ein Forst Delka Was ist denn mit dem Forst Delka? Was ist, ähm, ja Was ist das denn für ein Walnusskind, ey Was passiert, wenn die Walnuss Irgendwann schliegt und rumschimmelt Oh nein, die Stachler Stachler ist hässlich Ja, genau, der ist zweimal dran Oh ja, komm schon Bis deine AP weg sind Alter, nochmal schon den Flügelschlag, du Wichser, ey Das ist nicht so wirklich effektiv, hab ich das Gefühl Mach mal weiter, komm, scheiß da rund drauf Oh! Das ist... Explosion ist gay Das ist gay, das ist shit Oh, guck mal, Steinmark, ah, guck mal, der schleimt dich jetzt an Fuchtler Lullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull sieht auch noch cool aus ich will lieber Dallrot warum ist das wohl ein X-Bud? so, das ist der Stachler, weil der hat mir jetzt Schaden gemacht so, ich würde sagen Schlitzer für ein Y-Bud hat es ein Flügel zu viel Why bad? Why so serious? Wow, I have to, ey los, machen wir mal einen Surfer ja, man Surfer, schsch, ging da neben, hallo? nochmal Scheiße, sowas, ey ja, ich auch so, ich muss jetzt aber leider Gottes mal eine Top-Genesung benutzen A-Heilen, B-Gift weg Nein so Abgesoffen ein O-Mod Alter, sieht das wie im Psycho aus voll groß Kopfnuss, ey Ausgewischen sehr schön Kopfnuss U-Mod wurde besiegt du you can do it Kellerkind Koga wurde besiegt Ah, du hast dich als würdig erwiesen Frank Hedt 4400 schickt einen Teil nach Hause zu seiner Mutter damit die nicht anschaffen gehen muss ich habe alle meine Register gezogen alles war umsonst, ich musste meine Fertigkeiten verbessern betritt den nächsten Raum und stell dein Können unter Beweis ja, nachdem ich erstmal das mal Kiriko mal ein bisschen wieder auf Beine gebracht hat so, geh mal weiter, was kommt denn jetzt? da war entweder Drache oder Feuer heiße Angelegenheit mhm so, wen hatten wir noch nicht im Kampf? dich, ne? ja, ich war bisher einmal im Kampf ganz am Anfang irgendwo dann tauschen wir mal den Dalrod jetzt nach vorne ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4 Bruno Mars, deswegen ist auch so viel Lager ich trainiere bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potential glaube auf diese Art bin ich so stark geworden und Dick, kannst du unserer Kraft widerstehen ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus genau richtig für einen Kampf warte, was ist denn für ein Kampf? breit Frank, du wirst dich unseren unabhängigen Kraft beugen müssen oh ah das klingt so falsch keiner kennt Bruno, möchte kämpfen Capoeira Capoeira das ist ein Kampf das sind Krampf Pokémon genau genau siehst du doch, das ist extrem krampf das ist mir guckt auch so komisch aber der lächelt doch naja, ne gegen was ist nochmal Kampf anfälle gegen mache es ist nochmal Kampf anfälle hhhhhh hhhhh interessant, ja gut, da ich jetzt sowieso nicht angreife Gand benutze ich einfach meinen Support Rang Kann ja eh nicht angreifen, geht ja eh daneben Holst den Stein und schmeißt den Trainer gegen den Kopf